Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 16.04.2021 und unseren aufgeweckten Bären vom Donnerstag, den wir im gestrigen Video hier reingesetzt haben. Er konnte sich ja kaum noch halten. Zum Donnerstag hat es ein bisschen schwer gefallen, hier auf seiner Planke zu bleiben. Wenn wir uns das mal so noch mal vor Augen halten, über was wir gesprochen haben, was wir uns angeguckt haben, war der Knackpunkt und der Kern der Aussage, wenn wir unter der 15.180 jetzt weiterschieben. Tausendmal gesagt, wollte er nicht. Es wollte einfach nicht machen halt. Wäre schön gewesen, das hätte schöne Bilder ergeben, das hätte schöne Handelswege auch abgezeichnet, die sich gut hätten traden lassen. Das wollte er noch nicht machen, war ihm wahrscheinlich einfach zu einfach gewesen. Ich weiß es nicht. Aufwärtscap gekommen, 2.35 gesehen und damit war eigentlich schon alles erledigt in den ersten Minuten schon, was wir in der Analyse gesagt haben. Er hat gesagt, wenn der 2.35 nach oben macht, das würde mir nicht passen. Wenn er 2.35 macht, dann läuft er wahrscheinlich eher noch mal an die 2.70, an die 2.85 obendran. Dafür hat er sich jetzt den ganzen Tag Zeit genommen. Genau, da haben wir auch geschlossen. 2.85, das ist der Schlusskurs. In dem Sinne hat er das eigentlich zumindest auf der Seite ganz gut gemacht, auch wenn es jetzt nicht das war, was ich favorisiert hätte. Aber genau aus dem Grund sprechen wir jeder Analyse immer wieder beiden Seiten drüber, damit man eben nicht, und so habe ich es ja gestern gesagt, damit man eben nicht da sitzt, wenn die ersten grünen Kerzen kommen und dann sagen, hey, der Martin hat aber gesagt, der muss hier weit fallen, sondern nein, damit man auf seinen Zettel guckt am Bildschirm und sieht, nee, der ist nicht unter 1.80. Wenn er nicht unter 1.80, dann muss ich mich hier nicht auf Short-Seite verausgaben. So in die Richtung ist der Sinn und Zweck der Analyse, damit wir einfach wissen, okay, bei welcher Bewegung können wir was erwarten, ohne dass ich weiß, was kommt, ohne dass wir hundertprozentig genau sagen können, dass das und das kommt, aber wenn es kommt, haben wir dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das ein oder andere Szenario. Hier war die erhöhte Wahrscheinlichkeit nach oben, wenn die 2.35 fällt, die erhöhte Wahrscheinlichkeit auf 1.15, 1.100, wenn er eben unter 1.80 weiter treibt, das hat er nicht getan, hat 2.35 nach unten umgeklappt, Thema zu, Thema erledigt. Jetzt, nächster Schritt, alte Programm, ihr kennt das Lied, 2.70, 2.85 hier, da muss er jetzt weiter drüber, bekommt jetzt die Chance, eine Flagge aufzulösen, auszubrechen. So richtig safe bin ich damit nicht, ich würde auch die Flagge rausnehmen, weil die hat für mich nur Sinn, wenn der Channel hier unten rausgeht, deswegen nehmen wir die raus. Die macht jetzt hier, will ich nicht weiter betrachten, wird jetzt nicht viel Einfluss auch auf den DAX haben. Wir nehmen die einfach raus, ich spreche mal am nächsten Tag da nochmal drüber, für den Fall da sollte was relevant werden, aber die würde ich jetzt in diesem Sinne einfach nicht weiter betrachten, in dem Moment, wo unser DAX halt hier unten einfach nicht den Kanalkanten angelaufen hat. Es könnte nämlich Stand hier auch noch ein anderes Muster beispielsweise werden, wie zum Beispiel ein Dreieck oder auch eine Verkeilung, sowas ist jetzt hier möglich und da sollten wir uns nicht so sehr auf diese Flagge fokussieren, die wäre wirklich jetzt relevant gewesen, in dem Moment, wo hier unter der 180 weiter nach unten treibt, weil dann hätte er die untere Flaggenkante angelaufen und so weiter, macht jetzt hier keinen Sinn, die weiter zu betrachten, deswegen nehmen wir sie raus. Sollte aber hier jetzt weiter hoch steigen. Aber natürlich wie bisher dieses Risiko, dass er wieder sein Abwärtsgap abverkauft, sein Aufwärtsgap abverkauft. Das ist etwas, was er seit eigentlich ganz schön lange schon immer wieder getan hat. Er hat nicht viel, nicht viel, ich weiß nicht, das ist so typische Run-Away-Gaps. Eigentlich kennt man das vom DAX, er macht nur ein Aufwärtsgap, lässt das Gap offen stehen und rennt immer wieder durch. Die letzten Wochen war das eben nicht auf der Fall. Er ist ziemlich oft einfach, einfach immer wieder aus den Gaps sehen. Wir kennen das noch aus der Phase hier unten, ganz, ganz deutlich. Da gab es immer wieder Aufwärtsgaps abverkauft, Aufwärtsgaps abverkauft. Dann kam er irgendwann unten so ein bereinigendes Tief. Dann blieb mal eins offen und dann ist er auch ein bisschen hochgerannt, aber viele Aufwärtsgaps hat er nicht stehen lassen. Deswegen würde ich jetzt aufpassen, wenn jetzt hier ein Aufwärtsgap reinkommt, könnte das nämlich auch schon wieder abverkauft werden. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Freitag haben, aber grundsätzlich eher schon eine Tendenz, bis sich zum Tagesende dann auch durchzuwühlen. Das könnte durchaus eher nach oben gehen. Da würde ich jetzt schon ein bisschen aufpassen. Sollte er wegdrehen, wäre es für mich erst wichtig, wenn er unter 2,35 wieder fällt. Unter 2,35 kriegt er für mich die Chance auf die 1,80. Hat er die 1,80 dann unten im Kasten, dann geht auch wieder das Fenster auf, bis zur 1,15 und 1,15, 1,100. Solange aber die 1,15, 2,35 jetzt nicht nach unten angeknappert wird, dann würde ich das jetzt zurückstellen, ihm erstmal oben Platz geben. Oben Platz geben heißt, Platz geben bis 3,20, Platz geben bis 3,50. Kann sein, dass er hier reinspringt, Aufwärtsgap macht, dann schon wieder in die Zone reindreht. Sollte er aber stabil bleiben, sollte er sich hier oben halten können, lasst ihn laufen. Nicht Short verausgaben, erst wenn rote Kerzen wirklich kommen. Das macht keinen Sinn, da in den grünen Kerzen Short drin rumzuwuchten. Klar kann es sein, dass man das exakt Punkt genau hoch trifft, aber wer so traded, immer so traded, der hat eher so die Erfahrung gemacht, dass er dann halt einfach auch mal direkt 50, 100, 200 Punkte im Minus aussitzt. Weil die Position eben gar nicht erst in den Gewinn läuft und man ja eigentlich vielleicht bis 10 Punkte haben wollte und nicht mal die hat man bekommen und der Markt ist dann einfach wie diejenigen, die hier reingehauen haben in den Markt oder hier reingehauen haben. Und der Markt kommt nie wieder dorthin und läuft immer weiter und immer weiter. Und deswegen sage ich immer, es ist keine gute Empfehlung, da in die grüne, in die Stärke rein zu verkaufen. Wenn er Schwäche zeigt und die durchzieht, dann sieht man das auch und dann sollte man auch warten, bis man das sieht, bis man dann entsprechend eine Umkehr hier oben hat oder was. Oder dass er sich deutlicher von hier oben runtersticht, vielleicht einen Doppeltop macht. Das wäre hier jetzt an der Stelle ungewöhnlich, wenn dann bestimmt bloß kurzfristig. Sollte ich niemals nie sagen, aber ich würde eher fast denken, dass er eben durchsticht. Dass er die 350 macht, so 320 bis 350, da rein sticht und zurückläuft. Sollte er gar nicht drüber kommen, wieder zurück, 2,35 kann er sich nach oben verteidigen. Alles was ansonsten drunter geht, wie gesagt, hätte dann die 1,80 und so weiter. Das haben wir ausgesprochen. Die Ziele oben sind alle aktiv, bleibt da also oben, bringt keine roten Kerzen rein, schiebt eine grüne Kerze nach der anderen, lasst ihn laufen, lasst ihn. Dann kann er bis 4,15, dann kann er bis 4,60, kann er bis 5,10. Das sind dann die Bereiche, die im Target-Chart hier oben eben noch wichtig sind. Diese zwei Keillinien oder diese Linie aus dieser alten Verkeilung vom Sommer, da sind wir ja das erste Mal dran gestoßen. Seitdem haben wir jetzt zwei Wochen ganz schön eine Pause reingetreten bekommen. Ich spreche ihm immer noch erhöhtes Umkehrpotenzial aus dem Bereich zu. Aber er kann natürlich hier einfach nochmal reinwuchten, einfach nochmal dran stoßen an die Linien. Und die sind halt hier in dem Bereich um 5,80 bis, jetzt mittlerweile schon fast 5,50 oben. Da einmal rein, die ganzen Stops rausreißen und dann auch wieder zügiger zurück. Das würde jetzt nicht unbedingt zum Freitag passen, muss man dazu sagen. Der würde wahrscheinlich zum Freitag einfach oben stehen bleiben. Wieder so einen typischen Wochenschutz wie die letzten zwei Wochen. Oster, Donnerstag war das gleiche wie letzte Woche Freitag. Schön zum Freitag, smooth, langsam hochgekrabbelt und dann auf der letzten Stunde Stress nach oben gemacht. Das wird jetzt hier eher zuzupassen. Deswegen aufpassen, dass man da nicht zu viel Short-Motivation an den Tag legt, wenn noch keine Schwäche zu sehen ist. Wenn noch keine Schwäche nach unten zu sehen ist, dann muss man da nicht unbedingt Short drin rumfuchteln. Ja, also da einmal reinstechen, dann wieder zurück. Ich würde ihm trotzdem erhöhtes Reaktionspotenzial einfach hier aus dem Bereich nach unten zusprechen. Kann mir das gut vorstellen, dass wir von hier auch weiterhin auf die 14.800, 14.57 vielleicht sogar zuschlagen aus Tagessicht. Aber wir brauchen halt das Go. Und das Go ist halt bis jetzt jeden Tag immer wieder nicht gesetzt worden. Also so oft wir da auch schon drüber gesprochen haben. Die Leute sind reif, alles passt, aber fällt noch nicht. Es ist noch keine Schwäche da. Es kann sein, dass er oben noch bereinigen muss vorher, dass er einfach ein paar Leute in die Stops hauen muss, dass er freier wieder fallen kann. Oder irgendwie muss er die Leute noch drehen. Es sind schon wieder jetzt auch viele so mit Krieg, Ukraine und Russland und noch. Und es fällt jetzt alles tausend Punkte und kommt wieder so eine grüne Kerze rein halt. Sowas sehen wir ganz oft. Das ist besser, wenn die Leute total optimistisch plötzlich sind und sagen, Och Mensch, die Nachricht, das ist doch jetzt ein Grund, dass der DAX auf 16.000 steckt. Jetzt gehe ich schlong und dann macht die Kiste einen Absturz nach oben. Sowas sieht man viel öfter. Aber trotzdem, die Leute sind langsam reif. Es passt, mir passt das. Das, was ich jetzt hier immer die ganzen Tage gesagt habe, das Stadium haben wir jetzt hier erreicht. Der kann also zurücksetzen, aber er braucht das Signal, das Startsignal. Das war gestern unter 15.180. Die letzten Tage war es unter 15.1.70, unter 15.1.50 hat man nie bekommen. Man hat immer wieder verteidigt nach oben gedreht. Und das bleibt auch hier, das Signal. Das bleibt hier. Er muss hier drunter. Und das ist der Punkt, wo ich sage im Tagesschart, ja, ich rechne mit einer Umkehr, aber ich warte dann halt auch ab, bis er den loslegt halt. Bis er mir das da auch wirklich antriggert. Und ich sehe, okay, jetzt will er. Jetzt kommt Schwäche rein. Jetzt, 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 jetzt ist plötzlich anderes Bewegungsverhalten drin. Jetzt sieht man plötzlich richtig, wie er sich durchdreht, durchdrückt und schiebt und ach, zeigt er sich schwach. Und von daher, hier ein bisschen aufpassen, 2.35, wenn die anflaggt, kriegen wir einen Gap-Kloss auf der 15.1.80 wahrscheinlich und dann wird es schon interessant. Dann kann er sich anteasern nach unten, kann er sich antriggern. Und solange das aber nicht ist, lasst ihn laufen. Also da nicht mit zu viel Elan dagegen stellen. So was klappt manchmal, aber es klappt halt viel öfter einfach nicht. Und dann muss man für sich selber abwägen, ob man gegen den Trend denn unbedingt die Position haben will. Kann letztendlich auch sein, ignoriert hier alles und rennt bis 16.000 hoch. Naja, macht nicht viel Spaß, aber würde ich nicht favorisieren. Ich favorisiere es auch nicht, aber ich bleibe bei dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Wenn er oben raussteigt, im Zweifel halt auch einfach die Punkte dann eben noch long mitgehen halt. Aber wenn hier rote Kanterkerzen kommen, dann schön aufpassen, Platz auf der Unterseite. Okay, insofern hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer eben, dass wir unten nicht angeteasert haben. Wir sind jetzt oben mal drüber, haben auch einen Schluss mal über die 2.70. Bekommt jetzt mal ein Fenster wieder nach oben geöffnet. Das ist nicht das erste, was sich öffnet. Hat sich schon drei oder vier geöffnet. Die anderen vier Fenster hat er immer wieder kaputt gemacht. Hat aber unten auf der anderen Seite genauso. Also, bis jetzt eigentlich recht ausgeglichenes Spielfeld, jetzt wieder leichter Vorteil nach oben. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Ja, man könnte mir nämlich auch vorstellen, dass hier wieder ein Aufwärtsgap kommt, was abverkauft wird. Das wäre für mich dann eher so ein Zeichen, guck mal auf 2.35. Und wenn die 2.35 kommt, kleiner Rücklauf nach oben abwarten, vielleicht an 2.70 ran. Und dann geht er vielleicht sogar auf die 180 runter. Das ist das, was ich für einen Freitag jetzt erwarten würde. Von daher, schön auf Sicht fahren. Signale nach unten wurden ausgekontert. Vorher wurden sie nach oben und nach unten ausgekontert. Also, es ist ein wildes Gemisch. Da ist noch nicht eindeutig wieder in der Trendbewegung drin. Auch wenn er sich natürlich jetzt wieder ein Fenster nach oben öffnet. Muss er aber auch liefern. Muss dann auch über 2.80 einfach weiter treiben. Kriegen wir das gleiche jetzt hier andersrum. Abwärtsgap und er drückt nach unten. Naja, dann ist das so. Dann bringt es aber auch nicht zu sagen, ich habe rechts gehabt oder ich habe nicht recht gehabt oder wie auch immer. Mitgehen halt. Das Handeln, was man sieht. Das hilft einem viel mehr, als wenn man sich in irgendwelche Recht- und Unrechtssachen reinstürzt. Oder versucht irgendwas persönlich zu nehmen vom Markt. Hilft auch nichts. Gut, insofern. Wir machen jetzt zu. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg. Holt euch ein paar Punkte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also am Sonntag dann für das Video vom Montag. Freitag ist auch kleiner Verfall im April. Die sind jetzt nicht so wichtig. Aber man sieht halt schon oft mal, dass nach einem Verfall sich dann auch irgendein Zwang einfach löst am Markt. Dass er wieder ein neues Bewegungsverhalten aufnehmen kann. Das kann aber oben wie unten kommen. Von daher, das vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist jetzt Freitag der Verfall. Das sind wir vielleicht Montag. Dann auch mal diese Range verlassen. Also die Wahrscheinlichkeit, die es schon erhöht. Insofern. Ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.